26. Juni 2018, 14.45 Uhr, Javier Pastore wechselt zur Asrom. Nach sieben Jahren bei Paris Saint-Germain verlässt Javier Pastore den französischen Hauptstadtclub in Richtung Asrom. Der 29 Jahre alte Offensivspieler aus Argentinien hat den Medizin-Check am Dienstag erfolgreich absolviert. Zuletzt wurde geschätzt, dass Pastore Paris eine Ablöse von 15 bis 20 Millionen Euro einbringen könnte. Der französische Meister steht unter Druck, Geld durch Transfers einzunehmen. Medienberichten zufolge muss der neue Klub von Thomas Tuchel zur Erfüllung des Financial Fair Play bis zum 30. Juni zwischen 40 und 60 Millionen Euro einnehmen. Pastore wechselte im Jahr 2009 vom argentinischen Klub Huracan nach US Palermo in die italienische Serie A. Zwei Jahre später zog es den Mittelfeldspieler zu PSG. Dort hatte er zuletzt seinen Stammplatz verloren. In der abgelaufenen Ligue-1-Saison stand der 29-fache Nationalspieler sechsmal über die volle Distanz auf dem Platz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017